hallo und grüß Gott meine Dreamies und herzlich willkommen zur nächsten Reaction dieses Mal reakten wir auf den neuen Dreamcatcher Song ich bin so gehypt meine Mädels sind back und deswegen mache ich ja die Antwort weil ich möchte kurz fahren denn es könnte laut werden ich könnte irrsinnig übersteuern bei diesen bei dieser Reaction weil es dann einfach meine Mädels und ich bin gehypt und ja ich weiß nicht was ich sagen soll ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ich bin so mega Hype ich habe mir das noch nicht angeschaut ich habe mir noch nichts angehört und ja ich würde sagen wir starten einfach rein und schauen was passiert Schauen sie gut aus sie schauen alle so gut aus Oh dummioi, das Blonde steht mir so gut, let's go ja 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 Wow, banger! That voice, that voice. Wow Dami Wow This is a rap, this is a Outfit This My queens enttäuschen me wieder mal Absolute Hornet Holy Oh, I love it I love it I am speechless Was nett, wo ich es einordnen soll Es ist auf alle Fälle Ziemlich high unter meinen favorite Tracks Definitiv Aber Bions High Notes Die Apokalypse Storyline ist absoluter Hammer Beide Songs bisher aus der Apokalypse Line Absolute Banger Absolute Banger Ähm Ja, ich weiß nicht, wo ich Vision Lighten oder nennen soll Es ist absolut Geisteskrank Die Mädels schauen top aus Andern Gaeon Keine Ahnung, was sie sagen Sie schauen Alle so On point Choreo Ich weiß nicht, was sie sagen Es ist perfekt einfach Es ist einfach perfekt Oi, oi, oi Dami Dieser Rap Part Dieses Outfit Kennen wir dieses Outfit dann appreciaten Der Rap Part sowieso Hammer Dami Beste Rapperin Aber Kennen wir dieses Outfit appreciaten Und diese Diese Frisur Einfach Wow Das ist Dami Ära Endlich Ich hab so lange gewartet Blondes Dami Comeback Blonde Dami Und Ah Es ist so Geil Ah Ich liebe dieses MV Ich liebe Alles an den Mädels Es ist Es hat mich nicht enttäuscht Es hat mich voll abgeholt Ah Keine Ahnung, was ich nur sagen soll Es ist so Oh Sua mit der Sua einfach mit der Krone Green Sua Queen Dance Queen Vocal Queen Einfach alles Sua Liebe Und dann am Ende diese High Neutral Xion, es ist fast einfach wieder alles perfekt. So, Green Ketchup, eine geile Auerklasse, ich weiß nicht was ich nur sagen soll, es ist einfach ein Hammer-Comeback und ja, ich bin einfach so, ahhh. Es ist einfach nur geil, keine Ahnung, falls euch diese Reaction gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonnierst den Kanal, aktiviert die Glocke um keine Reactions mehr zu verpassen, schreibt es doch gerne in die Kommentare, als was ihr aufs nächstes reagieren soll. Bei Oberbei ist der letzte Reaction, unterbei ist an die Reaction-Playlist, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstag und man sieht es eben im nächsten Video. Ah, geiler.